Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Reto Together Godzilla. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind im fünften Level oder vierten, weiß ich gar nicht, 100%ig. Jedenfalls, ja, wir bahnen unseren Weg weiter auf Karte Richtung rechts unten. Ja, und ich gucke jetzt gerade mal, was uns da war. Das sieht gar nicht so schwer aus. Ich glaube, das Hauptproblem sind die Gegner und dass man nicht irgendwie was Unbedachtes tut. Ja, das Problem ist nur, wir kommen wahrscheinlich nicht wieder zurück. Also wir können wieder nicht wählen zum schlimmen Ausgang, weil wir können nur den nehmen, der direkt vor uns liegt, wie es aussieht. Müssen wir mal gucken. Ja. Mal sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja. Ach, zwei Häuser haben wir. Eins rechts, eins unten. Äh, eins rechts, eins links. Zwei Häuser? Ja, wo die Gegner rauskommen. Ach so. Also ich sag immer Häuser dazu. Und bam. Okay, es gibt anscheinend auch nur einen Ausgang. Ja. Und der geht nach oben. Ah, okay, wir können wählen. Ja, okay. Links oder oben? Gucken wir doch mal auf die Karte. Äh. Da müssen wir auch oben nehmen, weil links waren wir schon. Ja, okay. Aber bei oben, äh, da kenne ich dann das Level zumindest. Mhm. Vielleicht ist man sowieso gezwungen, alle Level zu machen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall zeigen wir jetzt relativ viel, weil wir momentan so den wahrscheinlich längsten möglichen Weg wählen. Ja. Ach, das schöne Level, ja. Ja. Entschuldigung. So. Ah. Da kommt gleich der Dicke. Ich gebe zu, dieses Level habe ich schon ein kleines bisschen geübt. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Gameboy-Spiele musste man damals einfach auch eine Zeit lang einfach nur üben und auswendig lernen. Ja, eben. Und, ähm, ich sag jetzt mal, die nächsten Level, die kriege ich einigermaßen hin. Von dem, von dem her, dass ich weiß, was ich tun muss. Mhm. Natürlich machen mir da die Gegner ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, aber im Wesentlichen kriege ich das hin. Ah, gut, jetzt haben wir unseren, wollen wir unserem widerlichen Nerv-Gegner mal einen Namen geben oder so? Die mit den Glubsch-Augen da? Ja. Ja. Wie denn? Ich weiß nicht, mach mal einen Vorschlag. Achso, ich dachte, du hättest einen. Nein, weil ich, weil ich will ja immer sagen, wir müssen den großen Gegner irgendwie wegbringen oder so, und das klingt immer so doof. Mhm. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich muss von der anderen Seite hin. Richtig. Moment, die verarschen wir jetzt. Wir könnten ihn Skinny Norris nennen. Skinny Norris ist natürlich sehr geil. Moment. Also, für alle, die es nicht wissen, Skinny Norris ist natürlich eine Figur aus den drei Fragezeichen. Mhm. Und so der Erzfeind und... Okay. So. Weil diese Kugel muss ich nach rechts schieben, weil wenn ich die links hingeboxt hätte, dann wäre die, äh... Glaube ich, runtergefallen und nicht kaputt gegangen. Genau. Die wäre unten in diese Zacken reingefallen und hätte sie nicht kaputt machen können. Okay. Und rechts ist, glaube ich, logisch, weil unten brauchen wir nicht. Weil unten kommen wir gerade her. Wir können nur nach rechts. Also, wir können natürlich woanders noch hin, aber... Ja, ich versuche jetzt nur gerade wieder, Gegner zu verarschen, weil... Du bist gleich tot, ja. Okay, das klappt. Sehr schön. Wieder ein Level geschafft. Das läuft doch. Das ist jetzt ganz gut gelaufen und jetzt haben wir nämlich fünf Leben. Okay, das ist Pille-Palle. Das Level ist total einfach, ja. Das kennen wir noch, das hatten wir auch schon mal. Das kennen wir, das ist heute. Ich hab's gerade gedacht. Ja, das kennen wir doch. Kleiner Insider mal wieder. Ach, das macht richtig Spaß, diese alten Spiele zu zocken. Mhm. Ich war ja lange der Meinung, boah, also so uralts Spiele, da hat man heutzutage gar nicht mehr den Spaß dran. Außer, man kennt sie vielleicht noch selber aus der Kindheit. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich an einem Gameboy-Spiel, das ich nicht kenne, nochmal richtig Spaß haben könnte. Och, das könnte mir aber auch passieren, glaube ich, sowas. Doch, doch. Ich bin ja sowieso sehr für alte Spiele zu haben. Ja, ich entdecke da jetzt auch gerade den Reiz dran. Wir müssen rechts nehmen. Ja, müssen wir. Nee, den linken müssen wir nehmen. Nee, den links sind wir wieder am Anfang. Moment. Wir müssen nach rechts. Stimmt. Ja, du hast recht. Danke. Ich, der große Kartenorientierungskünstler. Und runterfallen einfach. Okay, oder so. Geht auch. Ja, scheiße. Was ist denn nach links? Nein, ich bin... Ich... Ach so. Ja. Hä? Weil du gesagt hast, wir müssen nach rechts. Und ich habe gedacht, du meinst den rechten Ausgang. Und das war jetzt für mich... Nee, nee, nee. Das war jetzt für mich... Oha! War schon korrekt. Aber was man nochmal dazu sagen kann, habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Es gibt in diesem Spiel keinen Fallschaden. Das heißt, Godzilla kann eigentlich so lange runterknallen, wie er will. Solange nicht irgendwas Gefährliches unten liegt. Genau. Das stört ihn überhaupt nicht. Die anderen Gegner übrigens auch nicht. So, genau. Also die Musik ist halt... Es wäre halt schön gewesen, wenn ab und zu mal in unterschiedlichen Leveln unterschiedliche Musik gekommen wäre. Es ist immer die gleiche, ne? Ja. Also ich... Also ich muss hier dazu sagen, ich habe jetzt keinen Spielsound. Ähm, aber ich habe das so ungefähr im Hinterkopf, dass das ziemlich düllige und fröhliche Musik war. Ja, ist es auch. Und es ist eine scheiß Ohrwohmusik. So, jetzt... Genau. Ach ja, richtig. Hier war das ja so. Das Haus, das ist quasi, äh... Da kann ich durchklettern. Transparent, wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, genau. So. So, genau. Das kann man dann als Ranke benutzen. Und jetzt ist die Frage. Der Gegner... Ähm, Skinny ist links. Das heißt, wir wollen nach rechts. Weil sonst haben wir ein Problem. Moment. Bleibt schon mal... Ne, bleib... Ja, okay, so geht's auch. Ich wäre jetzt, glaube ich, da drauf geblieben. Ja, okay, so geht's natürlich auch. Oh, Blitz. Darfst du... Oh, nein. Nein, nein, ich weiß, ein... Das mit dem Blitz war nicht das Problem, sondern, dass ich zu dich dran gestanden war. Genau, genau. Also nochmal. Ja, Entschuldigung. Die wird mich heute im Traum verfolgen, die Musik? Ich muss... Du kannst mir die Musik gerne nachher mal bei WhatsApp schicken, dass ich mir die auch nochmal anhören kann. Ja, hoffentlich denke ich da dran. Ich habe momentan einen Ohrwurm von Direktiv Kolumbus und so, höre ich jeden Abend zum Einschlafen. Ich habe momentan sehr häufig so Spielsounds, ne? Spielsounds als Ohrwurm. Mhm. Das habe ich mir auch nochmal vorgenommen. Ich wollte eigentlich schon Ewigkeiten mal... Ich habe ja so viele Spielsoundtracks, die ich auch richtig geil finde. Die will ich mir mal auf CD brennen, dass ich die mal im Auto hören kann. Weil ich ertappe mich echt dabei, dass ich momentan richtig gerne Spielmusik höre, statt irgendwie Bands oder so. Okay. Also viel lieber momentan bin ich so auf Spielsoundtracks aus. Es gibt ja auch total geile Spielsoundtracks. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich ein Problem, da sind jetzt sehr viele Gegner. Ja, jetzt ist es aber schon doof. Bleibt doch da stehen. Ja. Moment. Jetzt gehst du nach rechts. Vielleicht kann ich den... Genau, jetzt gehst du links. Ah! So, jetzt aufpassen. Abwarten, was jetzt kommt. Da geht's nach rechts. Skinny kommt von oben. Ich glaube, wir müssen auch nach rechts. Ja, unten wäre aber auch gut. Ich weiß nicht, ob da links noch was ist. Nee. Moment. Du kannst nur nach rechts. Du brauchst gar nicht gucken. Wir haben nur eine Möglichkeit. Ja, ich wollte den noch ein bisschen wegtrampeln. Wegtrampeln? Wegboxen. So. Oh, Cutscene. Also in Anführungsstrichen. Ich glaube so, dass nach sechs oder so Leveln oder so immer halt ein so ein Bild kommt. Ja. Ist da ein bestimmtes Sound ausgerufen? Destroy all rocks and advance to the next scene. Ja, das haben wir ja auch schon rausgekriegt. War da vielleicht gerade andere Musik oder so? Da ist gerade andere Musik, ja. Ach so. Jetzt allgemein oder nur in dem... Jetzt im Moment immer noch. Also das ist so ein bisschen, ja, Action-lastigere, düsterere Musik. Also im Vergleich zu der vorherigen zumindest. Ja. So, also da steht im Endeffekt das, was wir schon wissen. Nämlich, dass wir alle Felsen kaputt schlagen müssen, um in die nächste Szene zu kommen. Ja. Danke, dass der Hinweis so zeitig kommt. Richtig. Ah, das ist dein Lieblingslevel. Ich weiß. Als wir das nämlich getestet haben, hast du hier ein bisschen versagt. Äh, ich, ich versagt? Mhm. Ist das jetzt gerade andere Musik? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das kann ich leider nicht beurteilen. Ja, weil ich die ganze Musik nur heute schon so häufig gehört habe. Ups, okay, so. Aber ich hatte dich von oben nach unten durch auf jeden Fall. Ja, das war der Plan. Mhm, ein guter Plan. Das ist wirklich jetzt andere Musik, okay. Okay, dann kommt also quasi nach jeder Cutscene eine neue Musik. Ja, also alle sechs Level wahrscheinlich. Ja, okay. Ich glaube, sieben waren es, glaube ich, schon sogar. Aber die ist halt auch, also die sind vom Stil her natürlich sehr ähnlich und sehr fröhlich. Ja, das, ja gut, vielleicht wird sie auch noch düsterer, man weiß es nicht. Die finde ich jetzt zum Beispiel richtig cool. Die andere war doch auch cool, hast du gesagt. Ja, aber die ist noch ein bisschen abwechslungsreicher. Ein bisschen melodischer quasi, finde ich jetzt. Monumentaler auch. Ja, so weit würde ich jetzt vielleicht auch nicht gehen. Bei der Gameboy-Musik. Wobei, es gibt durchaus Gameboy-Musik, finde ich, die hat schon was. Zum Beispiel von Zelda. Ich finde, Zelda klingt auf dem Gameboy immer noch am geilsten. Liegt ja auch vielleicht daran, dass ich das erste Mal Zelda auf dem Gameboy gespielt habe. Ich habe ehrlich gesagt Zelda nie gespielt. Das macht ja nichts. Aber es ist geile Musik. Das lag daran, Zelda war relativ teuer, glaube ich. Ja, das war schon so der Meilenstein damals. Und ja, als bei mir der Gameboy rauskam, da hat jedes Spiel 50 Mark gekostet. Und ich war ja da noch im Taschengeld, Alter. Also da hätte meine Mutter mir was anderes erzählt. Rechts oder unten? Gucken wir mal. Unten würde ich vielleicht sagen, oder? Ja, gehen wir mal runter. Ja, gehen wir mal runter. Ja. Gucken, was es da gibt. Boah, jetzt haben wir dann schon sieben Leben. Ja, ist doch gut. Moment, ich musste kurz Pause machen. Ich muss mal gerade meine Zigarette ausmachen. Entschuldigung. Ne, das stört mich ja nicht. Achso. Die brauchst du nicht hauen. Ich weiß, ich will nur, dass der vielleicht ein bisschen weg ist. So, da kannst du den Felsen runterballern. Plong. Dann kannst du, ja, das ist die Frage, holst du den jetzt oder später? Gucken wir uns erst mal auf der anderen Seite um. Ah, an dem Level, das habe ich schon mal gespielt. Also in meiner Ausprobier-Continue-Phase. Du musst erst den rechts kaputt machen, glaube ich. Du kommst nicht mehr zurück. Ja. Ja, du musst erst rechts runter nochmal. Also den, der unter mir jetzt quasi, gell? Ne, ganz unten rechts in der Ecke. Da kommst du nicht mehr hin. Den Stern, den du vorhin runtergekloppt hast. Ja, Moment. Ich darf jetzt bloß nicht den Fehler machen und nach links gehen. Das darf ich nicht machen. Das meine ich ja. Du musst erst rechts unten den Stein kaputt machen. Ja, ist okay. Ah. Genau den. Da kommst du nicht wieder hin. Ah, scheiße. Ja, du musst da, ja. Klopp ihn. Ja. Du musst durchrennen, das hilft dir nichts. Okay. Ah. Energiefelder gibt es gar nicht, ne? Dass man sich zur Energie zwischen sich aufladen kann. Hab ich noch nicht gesehen. Geh da lang, ja. Geh da lang durch, ja. Ja. Ähm. Nicht runterfallen. Nein. Äh. Runter. Ne, hoch. Ne, 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 ne. Ich muss jetzt... Den oberen kaputt machen. Ich komm dann aber nicht mehr hier hin. Warte mal kurz, ich... Na. Äh. Ich muss erst... Ne, da komm ich nicht mehr hin. Ähm. Warte mal. Doch, doch, doch. Du machst den kaputt. Und dann kannst du, glaube ich, von der Ebene den oberen schon kaputt machen. Ne, das ist ganz einfach. Ich weiß wie. Ne. Erzähl. Mach den kaputt. Den, wo ich jetzt gerade stehe. Genau, den machst du kaputt. Ja. Ja. Und dann? Dann gehst du runter, wo der Vogel jetzt ist. Ja. Haust einen kaputt. Ja. Der anderen haust du runter. Und dann kannst du hochklettern, die Ranken hoch, den oberen kaputt machen und dann kannst die anderen beiden kaputt machen. Hä? Ja. Ganz einfach. Also jetzt den hier. Der vor dir ist, den machst du kaputt. Ja. Jetzt runter? Ja. Beeil dich, der Vogel ist vielleicht nämlich tot, wenn der Vogel wiederkommt. Den kaputt machen, den runterkloppen. Runter. Ich muss bei... Ja. Jetzt bist du tot. Und jetzt hättest du alle töten können. Ja, okay, okay. Ist gar nicht so schwer. Nein, eigentlich... Das Schlimmste ist, dass man permanent auf die Gegner aufpassen muss. Ja. Schnell runter und den kaputt machen, sonst hast du ein Problem. Ich hab jetzt schon ein Problem. Ja, du musst da jetzt in die Lücke, wenn der runterfällt. Je länger du stehen bleibst, desto mehr Energie zu gehst. Ich weiß, was ich mach. Ich weiß, was ich mach. Nämlich? Ja. Zum Beispiel. Oh, 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 oh. Jetzt bist du dich tot. Ach, shit. Das ist der Schwierigste von allen, ja. Ja. Ja, weil das Problem ist, den kannst du auch nicht nach rechts runter, äh, nach links hauen. Den musst du halt rechts runter kloppen und das ist die Schwierigkeit. Jetzt runter, schnell, 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 bevor alle herkommen. Aha, okay. Hau kaputt. Ja. Ja, ja. Sehr gut. Da hast du noch gute Energie bekommen. Sehr gut. So, jetzt machst du den oberen erst runter, das ist wichtig. Genau, und jetzt, so wie du es eben auch gemacht hast. Vogel. Den kaputt hauen. Und die zwei runter. Ja. Und jetzt gehst du runter, jetzt machst du, ja, jetzt gehst du erstmal den oberen. Ah, jetzt, ah. Ne? Ja, wenn ich dich nicht hätte. Ja, ganz versehen doch. Aber die werden mit Sicherheit noch komplizierter, die Level. Ja, werden sie auch. Würde ich mir auch wünschen. Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass manche... Oh, ne, ich hänge fest. Oh. Ich hätte nicht ganz runterfallen dürfen. Ich hätte den auch anders kaputt machen können. Ja. Okay. Ein Versuch. Gott, das Level machen wir noch. Ja, müssen wir ja. Ach so, ja, wegen der Zeit. Gott, die Zeit geht hier so schnell rum. Oh. Okay, jetzt alles hier ganz schnell abarbeiten. Und runter und hau kaputt. Oh. Und hoch. Ja, das sieht doch gut aus. Du musst halt nur ein bisschen auf den Vogel aufpassen. Der ist ein bisschen... Mä. Ja. So, ich überlege gerade, wie wir das gleich anstellen. Dass der nicht... Das geht. Das habe ich im Probedurchgang auch geschafft. Man kann den... Ach so, du warst an diesem Level schon mal. Ich war da schon mal, aber... Ähm, ich habe jetzt nicht mehr ganz genau gewusst, was ich machen soll. Oh, so ich... Ach. Moment. So. Kannst du von da aus... Ach, das geht. Ach, guck mal an. Ja, eben. Da musst du aber erst mal drauf kommen. Ich habe das einmal durch Zufall geschafft, sonst hätte ich das gar nicht gewusst. Sehr gut. Und schau mal, wie viel Energie wir noch haben. Ja. Ja, und okay, jetzt können wir ja nur, weil woanders komme ich jetzt nicht mehr hin. Ja, machen wir rechts, da gehen wir noch eben rein. Da gehen wir rein. Das wird aber ein längeres Let's Play. Das schaffe ich jetzt nicht so schnell. Ja, das macht ja nichts. Oh, ich habe jetzt schnell auf Pause, aber Skinny ist schon wieder da. Skinny ist da und der Vogel auch. Ja. Also so schnell wie bei Super Mario Land bin ich da mit Sicherheit nicht durch. Das macht ja nichts. Da wird Zeit. Ja, so ist es. Dann wieder danke fürs Zuschauen. Ja, schaltet beim nächsten Part wieder ein. Ja, und dann schauen wir, was wir da von Skinny zu erwarten haben und was uns noch für Gegner des Lebens der Hölle machen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis denn.